Was weißt du eigentlich über Fußball? Fußball? Hat das nicht Kolumbus von einem fernen Kontinent mitgebracht? Meinst du wirklich? Ich denke, er stand in der Bibel. Aber da wir beide keine Ahnung haben, befragte unser Reporter Fabian einmal einige Leute auf der Straße zu diesem Thema. Wo wurde Fußball erfunden? In England. In England. In England. In England. In England. Die Engländer behaupten immer, es wäre in England gewesen, aber ich glaube, es waren irgendwie die Indianer. Mittelamerika oder so. Nein, es waren wirklich die Engländer. Fußball wurde im Mittelalter erfunden. Überlieferung zufolge hat es im Mittelalter eine verwandte Spezialdisziplin des ritterlichen Turniers gegeben. Das Ziel war, einen mit Heu ausgestopften Lederball gegen eine verteidigende Mannschaft durch ein Stadt- oder Burgtor zu treiben. Ein einheitliches Regelwerk lässt noch Jahrhunderte auf sich warten. Die größte Streitfrage war, darf der Ball getragen werden oder nicht? Aus diesem Streit wurden dann zwei Sportarten. Fußball und Rugby. Wann wurde Fußball erfunden? Ich weiß nicht, das war, ich glaube, 1800 noch was, haben die in England damit angefangen. Da haben sich Tücher zusammengebunden und dann damit sowas wie Fußball gespielt. 1888, keine Ahnung. 1820 etwa. Vor über 100 Jahren? Vor mehr als 100 Jahren. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich denke so 1870. Fast richtig. Fußball wurde gegen 1840 von ein paar Studenten in Cambridge erfunden. Die ersten Regeln kamen um das Jahr 1848 ins Spiel dazu. Die Abseitsregel wurde 1866 ins Spiel aufgenommen. Dann, 1875, kam eine englische Fußballmannschaft nach Deutschland, um gegen den ersten deutschen Fußballverein zu spielen. Was glauben Sie war der erste deutsche Fußballverein? Ich glaube, das war irgendwo ein Leipzig, irgendwo ein Verein oder was. Das meine ich jedenfalls. Das war entweder Dresden oder Leipzig. Der erste deutsche Fußballverein. 1860 München vielleicht? Der TSV 1860 München wurde 1860 als Turnverein gegründet. Die Fußballabteilung wurde erst 1899 gegründet. Der erste deutsche Fußballverein war Hannover von 1875. enter Europaabteilung wurde 1880. Der erste, vereinbaren Bürger verdowne published Endeslinks比 EM-Leipzig,